Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Stellvertretende Reue erwecken für alle Sterbenden. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann. Heilandsworte. Milliarden und Millionen Mal. Mein Jesus. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Mein Jesus für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf. Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Und ich kann sie retten. Verkünde es. Heilandsworte. Ich brauche Sühneselern, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten. Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder. Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft und auch ich segne euch, eure liebe Mutter. Amen. Gelobt zu Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kind lieb. Uns allen deinen Segen gib. Das boxing eine Freude mit seinem Bedeut und weiß freu's. Bein mit dem Kind lieb. Kein